Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin natürlich auf die Jagd nach dem Ticket. Und heute habe ich das Spiel Infinity Kingdom. Viel Spaß! Und da sind wir auch schon wieder. Und starten. Dann haben wir wieder meinen alten Account. Und wir werden wieder die Dadis machen. Gut. Das haben wir schon mal. Was denn da noch oder so? Habe ich noch irgendwas? Verletzte Leute. Ah, das ist ein Schale. Geheilt. Okay. Dann geht's jetzt los. Noch kurz die Brieche abholen. Es sind bestimmt Ressourcen dabei. Oh, okay. Gut. Jetzt, äh... Ach, da oben haben wir noch. Ich bin da... VIP. Zehn Punkte nur. Das dauert ja eine Ewigkeit, bis ich da... im nächsten Level bin. Ich bin... Ich bin VIP 2. Oh. Wo sind die Dailies? Das hier, oder? Da gibt's auch gar keine Dailies. Ah. Ich glaube, es gibt noch gar keine Dailies. Ich glaube, es gibt noch gar keine Dailies. Ich habe schon immer verbunden. Hm. Ich habe schon immer verbunden. Hm. Kiste. Na, den kann ich doch alle benutzen. Verwenden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann machen wir mal drei Stück. Und dann machen wir mal einen ein. Dann machen wir nicht mal eine Dämpfe. Was ist denn denn Krügel? Gut, das war's. Das ist mit ihm getrunken. Ich habe keinen mehr. Das müssen wir jetzt noch machen. Erkunden. Da sind die Dailies. So geht es jetzt los mit den Dailies. Haben wir noch keiner da? Wie lange dauert das noch? Ist schon auf dem Weg. Wie weit ist das weg? Da ist er. Und ich bin da. Ich kann nicht ganz so weit weg. Also ich bin der weiße Punkt. Dann geht es mal weiter. Da. Daily schließt die drei Kampagnen in den Brunnen der Zeit ab. Wird gemacht. Eins, zwei, drei. Okay. Doppelte Geschwindigkeit. Doppelte Geschwindigkeit. Doppelte Geschwindigkeit. Das war Nummer eins. Doppelte Geschwindigkeit. Doppelte Geschwindigkeit. Am aufwählen und dann starten wir das Geld. Doppelgeschwindigkeit und Autokampf ist an. Das war Nummer 2. Jetzt kommt der dritte. Auffüllen. Kampf. Auffüllen. 95% 3 Sterne. Shit! Hab mir gedacht, vielleicht hätte ich ja die Truhe vergessen aufzumachen. Ach, ja egal. Ich mach nur meine Dailies. Nur die Dailies. Beschwirk fünfmal im Saal der Unsterblichen. Einmal habe ich schon gemacht. Also einmal. Ich hab eigentlich schon zwei beschworen. Das eine war ein normaler und das andere war fortgeschrittener. Sollte das fortgeschrittener oder ein normaler sein? Schauen wir mal. Ah, also ein normaler. Fünf Minuten. Also vier Minuten und drei Sekunden. Wie dauert das denn mal? Das war mal die nächste Quest, bis sie gesehen können. Einheiten auf der Karte. Seen Genome. Nein, das ist kein Genome. Das ist eine Höhe. Das ist auch kein Genome. Das da sind Genome. Oder? Ist das egal welche? Ich glaub da stand nicht bald welche, oder? Ich lege drei mal einen beliebigen Level 4 Gnome. Ja, das ist falsch. Bissige zehn Gnomeinheiten auf der Karte. Also egal welche. Gut, dann fangen wir mal an mit... Also ich bin schon bei Gnome Level 4 anscheinend. Suchen. Da ist einer. Angreifen. Auffüllen. Angriff. Kann ich die auch schon angreifen? Hm. Dann hatte ich die verloren. Den hab ich gewonnen. Nein. 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 Okay, da muss ich trainieren, vielleicht die Bogenschützen fehlt, ich traue einfach alles. Und das muss ich dann mal schnell heilen, 10 Minuten, hm, nochmal heilen, abschließen, nochmal heilen, abschließen und nochmal heilen. Na, das kann ich jetzt so ja warten. Und deshalb kann ich so lange angreifen. Ich sehe das hier erstmal auch als Angriff. Nein, nur wenn ich sie besiege, steht ja auch da, besiege 10. Die leben immer noch. Gibt's doch nicht. Okay, ich greife die Nummer 4 nicht mal an. Ach, so ja, leichte Bogenschützen fehlen. Ach, komm. Auffüllen, Angriff. Ach, ja. Nehmen wir den nächsten. Oh, das war Leben 4 wieder. Also, ich bin stark. 5800. Der ist 6300 stark. Und der hier 5200. Warum schaffe ich dir nicht? Ich verstehe das nicht. Angriff. mich zu tiefen scam. Wann wenn ich das mache? Oh, das war einrischt. Muss ich mitt. Das war's für heute. Oh, Gott. So, fertig? Nein. Doch, jetzt gleich. Ein Angriff noch. Auf Wiedersehen. Oh. Mein König, ich bitte Ihren Entschuldigung. So, jetzt haben wir die Quest fertig, Beschwören, gehen wir mal wieder zum Beschwören hin, müsste ja auch schon wieder da sein, die normale Beschwörung gratis. Und dann haben wir noch Ressourcen auf der Karte, so haben wir 10.000, 20.000 sind da. 24.000 kann er laden, das war aber perfekt. So wenig, Mist. Okay, der passt. Also das mit dem Sammeln, so lange kann ich nicht warten. 15.000 im Gebiet. Ach, das ist das hier Sammeln. So, wir haben die Quest schon mal fertig. Die Truhe haben wir auch auf. Zwei Stück fehlen noch. Kommen wir gleich hin. Sind wir in Gange. Ich kaufe fünfmal Gegenstände in den Markt. Fünfmal. Ich habe noch keinen Markt. Nein! Dann nochmal kurz weiter gucken. Trainiere 10.000 Elite-Truppen. 10.000. 7.800 habe ich bereits. Okay. Machen wir gleich. Oh, ich war einfach wieder falsch gewesen. Ah, habe ich gleich. Ist in Gange, ist in Gange. Kaufe fünf Gegenstände im Markt, habe ich nicht. Benutze eine Ressourcen-Gegenstand. Was brauchen wir denn? Ich würde mal sagen Holz. Ich brauche nur einen. Benutze fünf unsterbliche Erfahrungsgriffe. Bisschen streuen. Benutze fünf Stück. Wie habe ich? Ach, genug. Fahre wir mit der. Den habe ich nicht. Habe ich nicht. Den an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Gernot. Okay. Ich benutze einen Ressourcen-Buff-Gegenstand. Ich nehme auch wieder Holz. Wenn ich Holz hätte, hier habe ich Holz. Ach, nee, habe ich gar nicht. Schauen wir mal alles durch. Nichts dabei, nichts dabei, nichts dabei, nichts dabei, auch nichts dabei, und hier auch nichts. Gut, dann Röhme für Holz, 30 benutzen. Haben wir gemacht. Was fehlt jetzt noch? Oh, die nächste, gleich sind wir fertig. Gar 5 Mark, das geht nicht. Hilft 20 Verbündeten. Erstmal gehe ich hier rauf. Mach Technologie. Nee, das war ich nicht. Keine Brauchhilfe. Schade. Gut. Also, da braucht keine Hilfe. Segen, einmal. Der ist Segel. Segel. Oh, so viel Geld habe ich nicht. Äh, 40.000 brauche ich. Zwei Stück davon. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Mal mal kurz schauen. Dann ist der jetzt aufhörig. Dann muss ich leider sagen. Mehr kann ich nicht mehr machen. Da bin ich unterwegs. Den Markt habe ich noch nicht. Verbündete sind keine online. Vielleicht habe ich es ja jetzt so freigeschaltet. Ich glaube, ich glaube, wir... Okay. Es geht ja schnell. Eins. Ach die Eins sind ja... Ernten. Zwei. Nein. Fünf Punkte fehlt noch. Das kann doch nicht sein. Das für Verkaufen oder 10.000 Ressourcen. Das gibt's doch nicht. Da hab ich den Drachen mit hingeschickt zum Farmen. Ach. Ja. 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 Und die Sekundär 18 und auch beide Schiffen. Da ist das Ende, die Chronik. Das ist noch einmal. Gut, Level 6. Das war auch auf 6, oder? Ja. Erstmal heilen. Jetzt kann man es aufwärten. Okay. Okay. Jetzt muss der erstmal auf 5 sein. Was haben Steine mit Sanität zu tun? Muss der bestimmt auch auf 6 sein. Ja. Passt doch. Die Mauer auf Level 6. Dafür muss der erstmal auf Level 6 sein. Ach je. Ach, jetzt muss ich die... Ach ne, ist er schon auf 6. Mauer auf Level 6. Hm, ist alles falsch. Was ist das hier? Die Burg auf Level 7. Machen wir alles in Stelldurchlauf hier. So. Jetzt habe ich endlich den Markt. Jetzt kann ich Sachen kaufen. Damit kann ich auch die Dailies jetzt abschließen. So. Wir kaufen hier... Hm. Fünf Sachen. Köstet alles? Diamanten oder diese komische Währung? Okay. Von der komischen Währung habe ich genug. So. Dann kaufen wir einmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So. Jetzt stehen wir auch hier. Ich hab doch Katschung gekauft. Zack, zack, zack. Zwei. 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 Haben wir die auch fertig? War das fertig? Ja. Genau. Kaufe dreimal was du magst. Ha. Jetzt kommt das. Ha. 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 Zwei. Ha. 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 Okay. Dann würde ich mal sagen, dann haben wir alles geschafft. alle trüben gekriegt, zwei haben wir noch, die eine ist in Gange, die andere schaue ich nicht, aber damit würde ich mal sagen, das war es für heute, Spiel beenden, ich sage mal, Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes mal dabei seid, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen, aufs mein Ticket, da ist es, tschü 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 tschü